Mein Top im Moment ist die Jugendspielereinbindung in der Bundesliga, was man auch bei Vereinen wie Bremen, Schalke und auch Gladbach sieht. Besonders bei Gladbach jetzt am ersten Spieltag. Die hatten da extrem viele junge Spieler auch in der Startaufstellung und das gefällt mir sehr gut. Mein Flop im Moment ist das mediale Gehetze gegen den HSV. Dass der HSV machen könnte, was er will und sie würden trotzdem in den Medien fertig gemacht werden und als Bremenführer muss ich sagen, dass mir der HSV schon fast sehr leid tut.